Und ja, da draußen saßen wir eben mit 7, 8 Leuten, die alle um mich rum kamen und gefragt haben, woher ich komme und was ich mache und wo ich hin will. Ich muss wirklich sagen, extrem, extrem gastfreundliche Menschen hier. Ich bin fast 1000 Kilometer getrampt an einem Tag. Da hinten war wieder der Polizei-Checkpoint und ich wurde ernsthaft zum Tee bei denen eingeladen. Mega krass. Leute, zwei Minuten später. Ich werde jetzt von Ihnen hier mitgenommen. Richtig cool. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Mega krass. Also das kann, glaube ich, echt nur in der Türkei passieren. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja. Ja, das war ja.